schmuller konzentrieren wo bin ich denn jetzt schon wieder aber da vorne rumlaufen von eingang auf dem dach bin ich jetzt nicht kommt jedes wie viele sind mir die chancen stehen gut wenn wir weiter geld und ware verlieren wie bis jetzt nicht die eier für diese art von arbeit der junge ist ein büro hängst solche sachen sind gut für jungs für uns auf dem schlachtfeld wird man viel schneller befördert vermutlich schlecht der mann der uns überfällt nicht hier rein und schneidet dir die kehle durch vielleicht solltest du dir darüber gedanken machen da sind wir zu viel das drei stück warte war es gibt keinen kommen junge ich höre keinen mocks okay was hat der krach zu bedeuten hey hey hier drüben ich habe einen alligator der liebt schwarzes fleisch das ist ja lustig ey ich bin mal jemand ja Ja, scheiße, du dummig scheiße, du Hände. Ich bin froh, ich bin einer weniger. Siehst du nicht, dass ich versuche, den Kopf einzuziehen? Oh, geil, ey. Hey, da ist er. Ja, mit Scharfschutzgewehr lege ich und da gehe ich von hinten rein. Das ist mir gerade ein wenig zu kriminalogisch. So, das war, ich habe vergessen, auf Discord rauszugehen, deswegen. Der Kleine gehört mir. Bewegt euch hinter ihm! Ihr könnt ihn haben, wenn ich fertig bin! Ich muss nachladen! Das geht nur so! Na dann mal los! Du bist tot, du weißt es nur noch nicht! Schieß drauf ihn! Der Feuerschutz, solange ich nachlade! Ich geh in Deckung! Ich mach das! Ich versuche den Kopf einzuziehen! Das klingt eher so, wenn er es sagt, siehst du nicht, ich versuche zu kacken! Du kannst aufwärts versuchen, wenn er tot ist! Der ist da oben! Kann er machen, was er will! So, ich ziehe hinten wieder rein! Lalalalala! Er schießt den Arsch endlich! Scheiße! Er macht uns alle fertig! So, ich muss ja irgendwas machen jetzt! Nichts riskieren! Das war knapp! Boah! Das war knapp! Du bist geliefert! Lass mich mal nachsehen! Ich geh in Deckung! Ah, was lauf ich denn hier vor die Scheißkisten hoch! Hör doch auf! Okay! Er ist tot, großer Gott! Oh! Oh, die Jungs! Komm schon, Jungschen! Tags wie ein Mann! Ich geh in Deckung! Der Leiter hat mir! Oh! 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 wo junge 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 alle heftige da wäre erdo mieser sack wo ist der nein okay ja knappes fährt gehst du mal da durch oder was wo ist die behinderte tür hier ich gehe entdeckung habe freies schussfeld von der seite hab einen entdeckt jungs unseren jungs gekillt munition ist alles komm hoch wie er sich da runterschmeißen da kommst du nicht mehr weg ich habe ihn auch scheiße ich suche mir eine deckung erwischt du kannst das laut sagen komm hoch du 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 musst das nicht tun wir hätten dich so oder so gekillt schmuggler geschäfte gesichert ok schmuggel geschäfte gefallen der nächster anruf bei vitos verbündeten geht aus haus überfall kommando bobby's dreiköpfiger kampf trupp mit schrot finden und einem mg aktuelles einkommen nix einkommens plus 30.000 verschonte in form 31 enter telefoniert brauche ich beim lagerhaus um den schmuggelbetrieb zu sichern alter ok cool das ging aber schnell auf einmal geht es dann halt das sind da wohl unsere leute heute haben wir ein ganzes bücherregal voll mit akten über vitos galetta aber das war nicht immer so huwe hat bis 1957 geleugnet dass es die mafia überhaupt gibt darum gab es auch keinerlei material über leute wie vitos galetta inzwischen wissen wir dass er am zweiten weltkrieg teilnahme und wegen unterschlagung und diebstahl sechs jahre in haft war es wird allgemein davon ausgegangen dass er ein mitglied der falcone familie in empire bay war obwohl er gleichzeitig verdächtigt wird don carlo falcone ermordet zu haben falls er es wirklich war muss er freunde an hoher stelle gehabt haben denn man hieß ihn am leben er musste allerdings ins exil und hat sich dann hier unten angesiedelt die kommission überzeugte selma kano wie du ein paar geschäftsbereiche zu überlassen dein die bezirk übernehmen du hast ein geschäft im bezirk ausgeschaltet nimm dir das andere vor um den lieutenant hervor zu lockern und den bezirk zu übernehmen erobere und zugewissene bezirken erhalten lunde gefallen blablabla da deutsch so ja das gehört jetzt uns okay die scheinen hier gefallen willkommen überfallkommando du kannst das überfallkommando als verstärkung herbeirufen wenn du unterwegs bist um das überfallkommando herbeizurufen wähle es im auswahlrad aus auswahlrad was sie nicht alles gibt hier sehe ich kein geld mehr hier steht noch mal die mompe die ratte hatte mich gefeuert war ihm scheiß egal dass ich eine schwangere frau zu du bist tot nigger kann doch was mit denen los er hat doch gesagt linkel bin doch linkel also wir sollten uns erst mal ein neues ziel machen machen vor allen dingen so gewerkschaftspressung verbleibende schaden 30.000 erledige von strecker der gewerkschaft aha so wir haben jetzt 26.000 2100 ist auch egal da fahren wir mal darüber mal gucken was uns da erwartet alles klar puppe naja ist gut richtig ab immer so ja 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 ist gut steuern ist ein wenig schulio so dann machen wir jetzt einfach mal rechts ab wieso parken wir nicht mal hinten um die ecke genau so jetzt stehen wir nicht mehr am bürgersteig ich ich weiß nur dass sie sich aufgetatet hat und wir unterwegs wurden arbeit auf mhm was auch immer da drin passiert ist kurz muss um sie zu haben dann versichst was mit diesen als habe ich das hoffend er ist hier drüben ihr flachwinklar hier zu und so gehört hier So stirbst du. alter dass der mir gefährlich wird mit dieser einen scheiß knall glaubt man hamster hamster der hamster 100 gewohnter hamster